Irgendwas zieht uns runter! Mami! Wer ist da? Warte, geh nicht weg! Wie ist dein Name? Totsam! Totsam! Vor 70 Millionen Jahren wurde unsere Erde von einem Objekt aus dem All getroffen. Die Energie, die in diesem winzigen Stück gespeichert ist, könnte die ganze Ostküste ein Jahr mit Strom versunken. Was könnten wir da erst mit einem Berg anfangen? Es ist ein böser Ort. Führt mich zum Meteor, dann lasse ich euch frei. Niemals! Totsam! Totsam! Solange ich hier bin, sind du und dieses herrliche Paradies in Gefahr. Ihr braucht nicht nach Tarzan zu suchen. Er findet euch! Ey! Niemals! Untertitelung des ZDF, 2020